Hi und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme beim Scrap Mechanic. In der heutigen Folge, da freue ich mich schon ein bisschen speziell drauf, geht es mal nicht um ein Vehikel in dem klassischen Sinne mit Vierradantrieb, sondern so was jetzt nicht geradeaus fährt oder über Hügel fahren kann, sondern wir haben heute mal ein bisschen was luftiges vor. Jetzt nicht kein Flugzeug oder ein UFO oder ein Superheld, nee, wir versuchen hier mal ein bisschen was anderes und zwar habe ich mir überlegt vielleicht mal einen Fahrstuhl quasi mal zu bauen. Fahrstuhl ist erstmal relativ simpel von der Aufbau, also vom Allgemeinen vom Aufbau her. Du brauchst eine Kammer oder einen Transportbehälter, wenn man so will und drei Stabilisationsschienen und an der Kammer quasi wo du das transportierst, entweder dich selber oder zum Beispiel ein Vehikel, was du gebaut hast, eine Erfindung, was auch immer. Und wenn du das hast, kannst du zum Beispiel in höherer Lage, entweder machst du, weiß ich nicht, ein Lager oder eine Garage vielleicht, in dem Fall, wenn du was transportierst von deinen Erfindungen und vielleicht brauchst du ja auch einen Wolkenkratzer, man weiß es ja nicht. Und es ist halt abhängig davon, was das Spiel noch alles so zu bieten hat. Wie gesagt, ist ja auch bisher noch nie eine ziemlich, ziemlich Frühentwicklung oder steckt halt alles nur so in den Kinderschuhen, wenn man so will. Ist aber erstmal gar nicht so relevant. Wir haben uns jetzt hier, damit wir hier nicht so ein Gras bauen, erstmal so eine Betonplatte gegossen und drauf haben jetzt Metallgehäuse gesetzt und ist quasi die Vierfachauslegung, also das Vierfache von dem, was du als Maximum immer quasi vom Anfang an gleich auslegen kannst. Dann fangen wir an, wir haben jetzt hier ein Viertel von so einer Platte und so eine Komplette und das nehmen wir uns als Ausgangspunkt von unserem Fahrstuhl, weil wir das ein bisschen mit System machen müssen. Da so ein Fahrstuhl in diesem, also ich habe es mal schon mal ausprobiert, ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten für diese Videos, ist gar nicht so so simpel, wie man sich das am Anfang vielleicht vorstellt. Jetzt machen wir das mal hier unser Viereck. Man kann es vielleicht dann auch später so als, ja weiß ich nicht, so als Aussichtsfahrstuhl nutzen. Wäre auch mal eine Option. So, jetzt haben wir hier unseren Kasten gesetzt, das ist unser Ausgangspunkt. In unserem Ausgangspunkt, da muss man sich halt überlegen, in welche Richtung es schauen soll. So soll es jetzt hier hinschauen, ja, dann müssen wir hier die hinsetzen, die Führungsschienen mit den Antriebswellen, beziehungsweise mit den Antriebsreifen oder so. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir setzen die jetzt so hin. Jetzt haben wir hier einmal so, einmal so. Das sind eins, zwei, drei, vier. Das sind vier. Das sind acht. Also müssten wir jetzt hier so hinsetzen. Und das müssen wir auf der anderen gegenüberliegenden Seite gleich auch nochmal tun. Zack. Zack. Und diese, dieser Kern, oder wie man es auch immer nennen soll, Führungsschiene, ist quasi jetzt der Ausgangspunkt von allem. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier mit unserer Hebebühne, relativ mittig, hier in unseren Kasten. Und dann ziehen wir uns hier, ihr müsst halt aufpassen, innerhalb von unserem Viereck, ziehen wir uns jetzt die Ladefläche. Das darf halt nicht überstehen. Jetzt haben wir hier diese Führungsschiene, also die Antriebsschiene. Und zum Stabilisieren, also ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Also man muss es wirklich ein bisschen einen sicheren Halt geben, weil es ruckelt doch dann sehr stark. Also es wackelt dann so hin und her. Und ja, wie soll man sonst nennen. Dann müssen wir uns quasi hier wieder so ein... Genau. Und das wird dann halt wieder aufwendig, diesen Klotz da so hochzuziehen. Das werde ich jetzt zwar dann machen, werde dann aber einen kurzen Knick machen im Video, weil ich glaube nicht, dass die meisten da sich Bock hätten, da hinzusetzen und mir jetzt da so zuzusehen, wie ich jetzt hier, keine Ahnung, 100 Meter hoch diese Dinger hochkloppe. Ist auf jeden Fall ziemlich zeitaufwendig. Ich mache da aber erstmal nur so ein Stück nach oben. Weil, dass wir das erstmal sehen, oder dass ihr das erstmal seht, wie das zu funktionieren hat. So ist das erstmal gut. Wie wir jetzt sehen, das sind jetzt drei Türmchen. Und da können wir jetzt anhand der Türmchen festlegen, wo jetzt unsere Ladefläche ist, beziehungsweise wo der Eingang von der Ladefläche jetzt ist. Jetzt haben wir hier Eingang Ladefläche. Ich würde vorschlagen, wir ziehen uns den jetzt einmal komplett zu. Wir machen den, wenn wir den schon so hoch machen, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 hoch. Und wir können ja dann auch noch zum Beispiel, da es ja vielleicht ein Aussichtsfahrstuhl ist, weil diese Wand, die soll ja nicht nur alles dicht halten. Also was heißt dicht halten, man soll dann sein Vehikel ja nicht unbedingt beim Hochschippern verlieren, auf halber Strecke. Man will ja vielleicht auch nochmal was ziehen, deswegen machen wir es erstmal so. Also wir hätten wir wahrscheinlich nochmal ändern müssen, aber so hätte ich mir das halt vorgestellt. Und auf der anderen Seite halt das gleiche Spiel. Machen wir uns das gleich so. Das ist ein bisschen mehr Stabilität. Das war jetzt nicht ganz weit hinten. Ja, das ist jetzt halt abhängig, wie groß ihr halt den Fahrstuhl auch sparen wollt habt. Wenn du jetzt nur ein kleines Auto oder ein kleines Motorrad transportieren willst, ist es völlig ausreichend, schätze ich mal. Das ist halt immer größenabhängig. Wenn du jetzt hier ein Flugzeug transportieren willst, was jetzt wahrscheinlich eher alles andere wie ratsam wäre, ist es zu klein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn du einen größer machst, dass das auch besser wäre. Genau. Also wenn man so will, man könnte jetzt das als Box so bezeichnen. und man kann sich bestimmt am Ende, wenn das nach oben fährt, wie so ein geregeltes Schienensystem noch mit einführen, dass wenn du auf den Knopf drückst, dass jetzt diese Box rausfährt oder auf den anderen Knopf drückst, dass eine andere Box rausfährt. Ja, wie so einem richtigen Parkhaus schon, fast will ich meinen. Kann man bestimmt ausbauen, aber kommt Zeit, kommt Rat. Eins nach dem anderen, das steckt ja, aber auch bei mir ist da ein bisschen noch Vorsicht und warum habe ich das ja richtig und bla bla. Man steckt da ja ein bisschen Zeit mit rein. Auch wenn der Funfaktor ja gegeben sein soll, glaube ich jetzt nicht. Eins, zwei. Glaube ich jetzt nicht, dass da der Spaß wegbleibt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Passt. Alles klar. Dann machen wir den dritten hier auch. Schau, es da ist drauf. So. Jetzt geht's weiter. Ich sehe schon, das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Wir setzen uns unsere Reifen setzen wir jetzt auf Höhe von der Bodenseite her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Setzen uns das da hin und nehmen aber die großen Reifen und setzen die uns so hin. So hin und werden uns gleichzeitig noch vormerken, Führungsstabilisat... Ich kann schon wieder nicht mehr reden. Führungsstabilisationselemente. Wenn das so richtig ist, wie man es nennen soll. Ich ziehe die komplett bis nach vorne. Das ist halt... Also was heißt das ist, die haben halt diese Funktion, dass beim Hochfahren des Fahrstuhls, dass der eigentlich nicht so hin und her schippern soll. Also eigentlich... gar kein Problem. Jetzt habe ich hier nur gerade einen kleinen Fehler noch von meiner Seite her entdeckt. Das wird so nicht funktionieren. Obwohl... Obwohl... Wenn wir jetzt hier... Eins, zwei, drei, vier machen... Aber wir machen zwei. Obwohl ich könnte auch das hinterher nennen. Aber auf der Seite werde ich jetzt keine Reifen mit anbringen. Weil das ja eigentlich nur zur allgemeinen Führung gehen soll. Zur allgemeinen Führung. Ich rede die ganze Zeit nur von Führung. Scheiß Nazi. Ja, ja. Ist aber nicht so. Führung heißt nicht immer gleich, ne? Weißt du schon. Braun. Ja. So sieht das glaube ich mal schon mal ganz gut aus. Also bei der sechsten. Dann fangen wir hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann setzen wir hier wieder unseren... unseren Antrieb. Und das war auch noch. Na ja, hier haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Genau. Okay. Und natürlich hier auch wieder unsere Führungsschienen. Wir sind voll doof mit den braunen Witzen. Oh ja. Dann setzen wir uns so. Vielleicht das auch noch so mal mit hin. Normalerweise bei einem Fahrstuhl, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Recht entsinne. Schon wieder ein Wortspiel. Also wenn ich mich jetzt recht entsinne. Also Fahrstühle sind ja normalerweise Seilbetrieben. Und wenn sie Seilbetrieben sind, dann haben sie ja auch Bremsen. Früher war das ja so, dass die mit Seilbetriebenen Fahrstühle, wenn sie über das Kabel gerissen ist, dass dann automatische Bremsverrichtungen gewirkt haben. Denn das wird es jetzt hier wahrscheinlich nicht geben. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so gedacht gewesen. Das ist aber erstmal gar nicht so dramatisch. Jetzt setzen wir uns hier vielleicht ein Treppchen hin. Ja und das ist so. Würde ich erstmal sagen, der erste Teil. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann machen wir hier noch was weg. Und machen wir uns den hier noch weg. Und dann hat das hier ein kleines schönes Treppchen. Sehr gut. Dann werde ich jetzt im Übergang zur nächsten Folge einfach bis dahin die drei Führungstürmchen ziemlich weit nach oben knallen. Und würde sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Dankeschön. Dankeschön. Schon mal was einschalten und zuschauen. Und sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Merci und ciao.